Grübeln ist anders hier und wie ihr seht sind wir voll im Wettbewerb und in der Competition. Uns geht mittlerweile auch gar nicht mehr darum, wer eigentlich recht hat, sondern einfach nur, dass es uns nervt, dass wir überhaupt hier miteinander den Wettbewerb... Sie sind immer noch dabei, das ist unfassbar. Wir machen drei Themen, jetzt schweigen Sie still, Herr Ernst, Sie gleich anders. Wir haben drei Themen, Gentrifizierung, Prostitution und Frühlingserwachen. Wir freuen uns, wenn auch unterschiedlich, auf Sie. Ich finde es aber auch sehr plund, wie Sie in der ersten Sendung noch gesagt haben, wir modellieren gleichberechtigt und jetzt wird mir das Wort abgeschnitten, das kriegen Sie da wieder zurück. Sie sind nicht zu stoppen, schauen Sie zu.